Herzlich Willkommen liebe Menschen bei Menschenrecht TV heute mit einer Sendung über den Europarat. Ich habe hier euch etwas Wichtiges mitzuteilen und das solltet ihr wissen, denn jeder hofft, dass er beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewinnt und der Terror ein Ende hat. Leider muss ich euch entscheidend etwas erzählen, dass das nicht so der Fall ist und dass ihr euch wie beim Regenbogen keine falschen Hoffnungen macht, wenn ihr am anderen Ende die Schatzkiste der Pandora nicht findet. Ich bin vom Beruf Systemanalytiker und kann euch erklären, warum das System nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Wir haben bei der Europäischen Menschenrechtskonvention ganz wichtige Teile, beispielsweise Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, bei dem in Kürze das Verfahren nicht menschenunwürdig in die Länge gezogen werden darf, weil das Recht auf eine wirksame Beschwerde muss gegeben werden. Ich habe 2006 vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen wegen überlanger Verfahrensdauer, Stillstand der Rechtspflege und im Bundestag ist die Definition von Krieg, Ausfall oder Abwesenheit der staatlichen Stellen. In dem Moment, wo das passiert, hier seht ihr, kommt die Resolution 5683, Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtliche Handlungen in Kraft und in diesem steht da drin, dass eben Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Personengruppe im Fall der Abwesenheit oder Ausfall der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände die Ausübung dieser Befugnisse erfordern. Ich war bereits vor 2006 im Europarat tätig, als Berater, als Spezialist für die Nichtregierungsorganisationen und ich war beim Europarat beim Gerichtsverfahren 75529 in meinem eigenen Verfahren als Spezialist dort. In dem Fall, in dem der Ausfall oder Abwesenheit der staatlichen Stellen festgestellt wird, handele ich in einem hoheitlichen, also faktisch hoheitlichen Befugnis, also nicht politisch, sondern faktisch und ich darf Rechtdurchsetzungen, Rechtanordnungen erlassen, Rechtvorschriften. Dieses, müsst ihr wissen, ist Völkerrecht. Das, was ihr bis jetzt kanntet und mich nicht kennt, war bisher nur innerstaatliche Jurisdiktion. Das, was ich sage, ist Völkerrecht. Jetzt will ich euch den Ablauf erklären, damit ihr einigermaßen versteht, warum das System des Europarates nicht funktionieren kann und dazu möchte ich euch eine Dokumentation euch zur Verfügung stellen, ein Schriftstück zur Verfügung stellen, das ich vorbereitet habe. Und zwar steht das hier drin, steht hier drin, ich mache das mal ein bisschen höher, Europarat Hüter des Menschenrechts als Slogan. Ihr seht das hier, ihr seht das hier, Europarat, der Europarat Hüter von Menschenrechten, Demokratie und was weiß ich, was das auch sein soll. Das ist die Seite. Wenn wir diese Seite, bevor wir aufmachen, Hüter von Menschenrechten sehen, deswegen habe ich in meinem Schreiben Europarat Hüter des Menschenrechtes reingeschrieben, als Slogan und die Menschenrechtsverletzung, das, was viele Menschen nicht wissen, die Menschenrechtsverletzung ist ein Kriegsverbrechen aus Regierungskriminalität. Um gegen mich kriminell zu wirken, hat die Bundesrepublik Deutschland den gesamten Apparat des Verfassungsschutzes seit 2010 hochgefahren, damit dieses Wissen nicht an euch gelangen kann. Und ich bin jahrelang jetzt vom Fassadenschmutz die letzten Jahre beschmutzt und in allen Richtungen misshandelt worden und mein Ruf ist geschädigt worden, um diese Informationen, die ich euch jetzt bringe, damit ihr das nicht erfährt. Also jeder, der zum Rechtsanwalt geht und hier Tausende von Euros ausgibt, um hier beim Europäischen Gerichtshof zu klagen oder von der innerstaatlichen Justiz irgendwie rechtliches Gehör zu bekommen, sollte jetzt hier aufpassen. Denn was ich euch sage, könnt ihr nirgends wo anders als bei mir hier klar und deutlich feststellen. Wenn die Menschenrechtsverletzung vor dem Europäischen Gerichtshof festgestellt worden ist, dann muss unter allen Umständen handelt es sich dann um, ich zeige das jetzt nochmal, das handelt sich dann um schwere Verletzungen, nämlich Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtliche Handlungen und das ist gemäß, also eine Menschenrechtsverletzung ist nämlich etwas ganz Besonderes, nämlich die Menschenrechtsverletzung ist nämlich, also hier steht besondere Folgen der schwerwiegenden Verletzung einer Verpflichtung nach diesem Kapitel. Das sind Menschenrechtsverletzungen, sind schwerwiegende Verletzungen des Völkerrechts. Hier steht das ganz genau drin. Und diese Menschenrechtsverletzungen, die hier angesprochen werden, führen eben zur Restitution. Und zwar führen sie nicht nur gegen den Staat, sondern auch gegen die, die es gemacht haben und die Beurteilung der Handlung eines Staates als völkerrechtlich bestimmt sich nach dem Völkerrecht, weil der Staat intern das nicht feststellen kann und nicht feststellen will, weil der Staat selbst korrupt ist, also Regierungskriminalität macht. Ohne Regierungskriminalität keine Menschenrechtsverletzung. Jetzt kommen wir hier zu dem Artikel 13. In dem Moment, wo ihr eine Beschwerde, wo ihr eine Beschwerde, weil das System funktioniert in der Bundesrepublik Deutschland nicht, selbst wenn ihr die Beschwerde dann beim Europäischen Gerichtshof stellt, habe ich sehr oft nachgelesen, dass ein Müller-Elschner, ja, Axel Müller-Elschner, diese Sachen manipuliert. Das heißt, ihr kommt an eine Stelle, die die ganzen Menschenrechtsverletzungen erstmal sortiert und sie nicht zulässt. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, ungefähr 99 Prozent gehe ich mal davon aus, dass die Menschenrechtsbeschwerden, trotz dass sie als Beschwerde, Recht auf eine wirksame Beschwerde, werden 99 Prozent oder noch mehr abgeschnitten. Man kann sich vorstellen, eine Kammer kann höchstens eine Menschenrechtsverletzung im Monat bearbeiten. Es kommen zwölf Fälle oder vielleicht 20 Fälle dann vor Gericht und die haben so und so viele Kammern. Dann könnt ihr ja im Anschluss sehen, wie viele Menschenrechtsverletzungen tatsächlich bearbeitet werden. Das heißt, das Recht auf wirksame Beschwerde wird vorweg beim Europarat erstmal politisch sortiert. Und danach, nachdem nämlich die Menschenrechtsverletzung festgestellt worden ist, kommt der Hammer, was dann passiert. Der Europäische Gerichtshof stellt nur die Menschenrechtsverletzung fest, ist aber nicht umfänglich tätig. Das heißt, die Menschenrechtsverletzung als Kriegsverbrechen wird festgestellt und verweist dann ein Kriegsverbrechen zurück in die innerstaatliche Justiz. Das ist ein Vorabentscheidungsverfahren. Und das ist ja eben das Problem, was wir hier haben. Das heißt, Recht auf eine wirksame Beschwerde, wenn ihr das jetzt macht, also wenn ihr dorthin schreibt, dann wird in Artikel 6 davon ausgegangen, dass ein Recht auf Gerechtigkeit in der Rechtsstaatlichkeit gar nicht funktionieren kann, weil die Menschenrechtsverletzung, Kriegsverbrechen in dem jeweiligen Staat nicht als Regierungskriminalität abgehandelt werden kann und abgehandelt wird. Nämlich Regierungskriminalität, wir sehen das hier, Regierungskriminalität. Ein Hauptproblem dabei ist, dass Regierungskriminalität in Diktaturen typischerweise durch das jelei Tatzeit gültige in Diktaturen gesetzte Gesetz auf die Ächtung bestimmter schwere Straftaten wie Völkermart und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Kriegsverbrechen, abgehoben wird. Es funktioniert nicht. Da steht drin, Regierungskriminalität werden Straftaten bezeichnet, die im Auftrag oder Duldung von Regierungsregierungen erfolgen. Und sie sind nicht möglich, es ist nicht möglich, diese Regierungsweitaus größte Möglichkeiten, weil diese Menschenrechtsverletzungen müssen dann vor einem Restitutionsgericht wie Nürnberger Prozesse aufgearbeitet werden. Und zwar, wenn, hierbei besteht daher typischerweise erst dann die Möglichkeit, diese Straftaten zu verfolgen, wenn es zu einem Regimewechsel gekommen ist, so wie die Nürnberger Prozesse es gezeigt haben. Denn ein Hauptproblem hierbei ist, dass Regierungskriminalität eben kein Straftatbestand in den jeweiligen Staaten oder Ländern ist. Dadurch entstehen die internen Vertreibungen, nämlich die Menschen, die hier dann als Prototyp Reichsbürger oder Ähnliches dann hier öffentlich verleumdet werden, um sie dann intern zu jagen, zu brechen und zu ermorden. Ja, jetzt werdet ihr sagen, was redet er da? Also, der ECMR sucht in der Jurisfiktion nach Rechtsschutzlücken. Das haben sie bei mir gemacht und haben festgestellt, dass eine wirksame Beschwerdemöglichkeit gar nicht da ist. Also hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass eine Rechtsschutzlücke besteht und hat sie natürlich nicht abgearbeitet, weil es kann nicht abgearbeitet werden, solange das Regime noch da ist. Also solange die Bundesrepublik Deutschland als heimlicher, als, wie soll ich sagen, als heimlicher Bundesrepublik Deutschland, den Nationalsozialismus und Militarismus nicht überwinden hat und Rechtsstaatlichkeit eingekehrt ist, das heißt, die Menschenrechtsverletzung hier kein Straftatbestand ist, passiert hier gar nichts. In dem Moment, wo der Europäische Gerichtshof das nicht annimmt, kann die Rechtsschutzlücke nicht geschlossen werden. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ihr nicht von dem Europäischen Gerichtshof angenommen und angehört werdet, ist immer Recht auf eine wirksame Beschwerdemöglichkeit kaputt. Also gibt es nicht und dadurch kommt es in eine Irritation. Das heißt, das ist in einer internen Schleife und kann sich nicht mehr rehabilitieren und ihr geht durch das Verelendungs- und Verstechterungsverbot zugrunde. Das ist hier wie so ein Rattenschwanz, das ist eine Falle, die ich euch raten kann, nicht anzunehmen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Der Europarat ist nicht der Hüter des Menschenrechts, sondern der Europarat ist der Kriegstreiber und das möchte ich euch gleich erklären, was das bedeutet. Und zwar, wie gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ihr macht eine Beschwerde, entweder wird sie angenommen, dann ist Artikel 6 verletzt und Artikel 13, also die Rechtsstaatlichkeit verletzt und weil ihr dann, wenn die Menschenrechtsverletzung nicht angenommen wird, wird auch nicht das Recht auf Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit hier ausgeübt. Der ECRC sucht in der Jurisdiktion nach Rechtsschutzlücken. Selbst wenn die Rechtsschutzlücken jetzt angeblich geschlossen sind, trotzdem passiert das immer wieder, dass das immer wieder, immer wieder passiert. Nämlich, ihr seht das an dem Prototypen Reisbürger, dass diese Leute einfach ausgebremst, ihnen nicht geantwortet, ihnen der Zugang zu Justiz erschwert, sie werden sogar als Kriminelle behandelt, obwohl sie Regimeopfer sind. Der Artikel 13 Europäische Menschenrechtsverletzung ist verletzt, weil durch die Nichtannahme die wirksame Beschwerde verletzt ist. Das heißt, der Europäische Gerichtshof macht Rechtsverletzungen selber, um dann die Menschenrechtsverletzungen nicht zu ahnden. Selbst wenn die Beschwerde angenommen und die Menschenrechtsverletzung festgestellt wird, werden die Bedingungen der Restitution zum Beenden der Menschenrechtsverletzung nicht erfüllt, da der ECRR kein vollkommenes Gericht ist. Es muss öffentlich, umfassend, immateriell und materiell sowie obligatorisch tätig sein. Und diese Bedingungen sind in der UN-Resolution 5683 in der Restitutionspflicht nachgewiesen. Und Menschenwürde heißt Restitution, dass man eine vollständige Wiedergutmachung der immateriellen und materiellen Schäden, Folgeschäden, Folgebeseitigungsschäden macht, das Garantien der Nichtwiederholung, dass man also die Leute nicht in Verruf bringt, dass man sie nicht mit Polizei behelligt, dass man sie nicht rufschädigt, dass man den Völkermord nicht verleumdet, den man an ihr vergangen hat und so weiter und so fort. Und dass also diese Nichtwiederholung auch garantiert wird für den Fall, das wenn. Also es muss eine Unterlassungsverfügung gemacht werden. Das ist eigentlich ein Staatsvertrag, so wie Deutschland den Staatsvertrag von Saint-Germain oder die Türkei von Luzern gemacht hat und so weiter und so fort. So, die Beurteilung, hier steht das ganz genau drin, welche Rechte gemacht werden müssen, wie hoch die Strafen sind. Also das Problem ist, wenn eine Menschenrechtsverletzung beim Europäischen Gerichtshof festgestellt wird, laufen die Täter immer noch draußen frei herum, weil dieses Gericht kann es nicht machen. Dieses Europäische Gericht kann es nicht machen. Es stellt nur Rechtsschutzlücken fest und bezahlt nur den Rechtsanwalt vor dem Europäischen Gerichtshof und verweist in den innerstaatlichen Rechtsweg zurück. Und das ist das Problem, was wir haben. Im normalen Fall, im Völkerrecht, muss das hier durchgeführt werden. Das sind die Durchführungsbestimmungen. Das heißt, für jede Menschenrechtsverletzung, für jeden Verstoß, gemäß § 30 Ordnungswidrigkeitsgesetz, muss eine Strafe von 10 Millionen Euro für das Opfer herausspringen. Das heißt, dass sie das nicht mehr machen und dann kann der Täter auch bestraft werden, weil eine Strafe bestahlt worden ist. Mit 10.000 Euro für 40 Jahre Kriegsverbrechen, da wird kein Huhn glücklich. So, jetzt stelle ich euch genau zusammen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Alle Mitgliedstaaten, das heißt, selbst wenn die Beschwerde angenommen und die Menschenrechtsverletzung festgestellt wird, wird die Menschenrechtsverletzung nicht beendet, das Kriegsverbrechen nicht beendet. Bitte bei allen Schreiben, nicht Menschenrechtsverletzung, sondern Menschenrechtsverletzung, Komma, Kriegsverbrechen gleichstellen. Nicht beendet, weil eben die Restitution, nämlich die Menschenwürde, nicht wiederhergestellt werden kann, weil die Restitution ist Menschenrecht. Es muss öffentlich, also das Gericht beim Europäischen Gericht ist nicht öffentlich, umfassend, das heißt, umfassend heißt, dass es öffentlich sein muss. Das umfassend bedeutet, dass immaterielle und materielle Schäden alles mitgemacht wird und soweit obligatorisch, das heißt, die Täter müssen bestraft werden, die Opfer müssen entschädigt werden. Nichts passiert hier. Es wird nur festgestellt, dass eine Menschenrechtsverletzung da ist und dann wird das wieder in den innerstaatlichen Rechtsweg zurückgeworfen. Und da entsteht nämlich das Problem, dass man quasi in den Staat, in dem die Regierungskriminalität passiert ist, das wieder zurückweist und in dem Moment erleiden die Opfer schwerwiegendste, ja, was soll ich sagen, Terroranschläge, weil sie, weil die als Regierungskriminalität werden Straftaten bezeichnet, die im Auftrag oder Duldung der Regierung erfolgen. Das heißt, der Verfassungsschutz, die ganzen Behörden arbeiten komplett negativ, um diesen Menschen kaputt zu machen. Ich kann mich noch erinnern, dass derjenige, dem die Augen in Stuttgart zum Beispiel ausgewaschen worden sind, das nennt man Schadensmanagement, über zehn Jahre hingehalten worden ist, damit man ihm etwas Geld zahlen will. Und man hat ihm gesagt, wenn du jetzt die 60.000 Euro nicht nimmst, für die Augen waschen, für das Augenauswaschen, dann wirst du gar nichts bekommen, denn du wirst sterben, bevor du hier überhaupt vor Gericht irgendeine Verhandlung machst. Wir werden dich behindern bis zum Ex-Sex. Und deswegen hat der Bundestag erklärt, dass eben Ausfall, die Definition von Krieg, ist Ausfall oder Nichterreichbarkeit der staatlichen Stellen. Das ist das, was wir an Problemen haben. Und das Problem kann so nicht gelöst werden, weil das Problem ist die Regierungskriminalität. Die besteht weiterhin fort, genau wie das Deutsche Reich besteht forthin. Es ist wegen Zahlungsunfähigkeit zwar nicht handlungsfähig, aber die Strukturen sind alle noch da. Alle Strukturen sind da, weil die Strukturen nicht aufgelöst werden können. Hier sehen wir das. Hier sehen wir das. Deutscher Bundestag, nachdem ich 2006 gewonnen habe, ist unter WD 2, Wissenschaftlichdienst 2, 3000-175-07, die Definition als Krieg, als Gewaltmaßnahmen unter Abbruch der diplomatischen Beziehung. Das heißt, Telefonate werden nicht erledigt, auf Schriftsätze wird nicht reagiert, dann werden Hausverbote erlassen. Jede Möglichkeit, an eine Behörde ranzukommen, wird hier verhindert. Und jeder Beschluss und Bescheid wird verhindert, mit absurden Erklärungen. Aber es kommt zu gar nichts. So, und das ist eine interne Vertreibung, nämlich von der Rechtsstaatlichkeit. Nicht, dass man also zu unterschiedlichen Flüchtlingen die Staatsgrenzen, die Städte nicht verlassen hat, sondern man wird intern bekämpft, durch Regierungskriminalität, wie durch den Fassadenschmutz und so weiter, durch Kriminalpolizei und ihre sogenannten aggressiven, wie soll ich sagen, Provokateure, aktive Provokateure und andere Dinge. Das habe ich heute schon wieder erlebt, dass ich einen aktiven Provokateur festgestellt habe, der dann genau das Ganze gegenteilig hinstellt, um das zu verschönern. Jetzt habe ich, also in dem Moment, wo die Menschenrechtsverletzung hier festgestellt wird, kommt die zweite Menschenrechtsverletzung in Folge, nämlich Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren ist dann für die Opfer gar nicht möglich. Das heißt, die Zurückweisung in den innerstaatlichen Rechtsweg führt dazu, dass sie dann Straftaten, Regierungskriminalität machen. Und diese Regierungskriminalität kann nur dann fallen, wenn die Regierung in sich selbst aufgelöst wird. Hier steht das ganz genau drin. Es besteht erst dann, es besteht erst dann, die Täter zur Strafe zu ziehen, wenn das System durch das sogenannte Nürnberger Prozesse, nämlich durch Restitution, nämlich ein Überleitungsvertrag für Krieg und Besatzung entstehenden Restitution möglich ist. Und das ist dieser Vertrag, da komme ich gleich dazu, um das jetzt als Ursache noch mal festzustellen. So, in Folge kann selbst das festgestellte Kriegsverbrechen durch das Verschulden des Europarats in seinen Konventionsregeln und Ausführungen weder die Menschenrechtsverletzung wirksam beenden noch Restitution gewähren, denn die Zurückweisung in die innere Justiz bei Regierungskriminalität ist völkerrechtwidrig, weil die Restitution wegen Menschenrechtsverletzung als Kriegsverbrechen nur im Überleitungsvertrag in Krieg und Besatzung entstandenen Restitution gelöst werden kann. Das Recht auf eine Restitution in der Rechtsstieglichkeit in Artikel 6 wird in Folge schwer verletzt, weil UN-Resolution 5683 nicht angewandt werden kann. Der Europarat kann somit keine Menschenrechtsverletzung völkerrechtlich beenden. Der Europarat ist sinnlos tätig. Durch die festgestellte und bestehende Regierungskriminalität und die fehlende Restitutionsgerichte werden die Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Europarat noch schwer bis hin zum Völkermord geschädigt und vergeiselt. Und das ist nicht nur mir passiert, das ist auch Jürgen Gresser passiert, das ist jedem passiert, der hier versucht hat, in der Bundesrepublik, also nachdem das beim Europäischen Gerichtshof festgestellt worden ist, in der Bundesrepublik Deutschland die Umsetzung des Völkerrechts zu bekommen, weil alle Staaten sind zwar an UN-Resolution 5683 gebunden, aber der Europarat selber maßt sich an, dieses außer Kraft zu setzen, denn das hätte sie mit auf den Weg geben müssen. Sie hätte also nicht in die innerstaatliche Justiz zurückverweisen dürfen, sondern der Europarat muss hier einen Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstanden, Fragen, den Überleitungsvertrag machen. Und dazu gehört, hier steht das drin, dazu gehört, dass also hier, nämlich in völkerrechtlichen Eingehen, also Rechtvorschriften, Proclamation, Gesetze, Verordnung, Entscheidungen, mit Ausnahme gerichtlicher Entscheidungen, das heißt, die Gerichte sind ausgeschlossen, das kann mit einer Anfechtungsklage nicht gemacht werden. Darüber hatte ich schon ein Dokument vorbereitet und dann wird hier geschrieben, dass die Leute, die inhaftiert werden, die schuldig sind und so weiter, in deutsche Gefängnisse überführt werden müssen. Und zwar geht es nicht um einfache Leute hier, sondern hier geht es um Beamte, um Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Politiker auf jeden Fall, die das verschuldet haben. Deswegen haben wir im Moment einen Vorgang beim Bundestag laufen von 2009, wer sich daran beteiligt hat, dass die Menschenrechtsverletzung nicht als Straftatbestand definiert wird. Und das ist das Problem. Also wenn die Straftatbestand als Menschenrechtsverletzung im Staat nicht definiert ist, kann die Restitution, kann die Regierungskriminalität nicht verfolgt werden, dann heißt das, wir sehen hier keinen Anlass oder wir haben keinen Anhaltspunkt gefunden für eine Straftat, weil es ist ja nun kein Straftatbestand, Regierungskriminalität und Menschenrechtsverletzungen oder auch Kriegsverbrechen. Das ist das größte Problem, was wir haben. Da steht auch in dem Beitrag Regierungskriminalität drin. Ihr müsst es nur nachlesen. Hier steht das ganz genau drin, Regierungskriminalität. Und wenn ihr das verstanden habt, was hier gemacht und nicht gemacht worden ist, dann könnt ihr ja auch davon ausgehen, dass das so nicht funktionieren kann. So, und zwar im Vertrag auf, also das ist der Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandene Restitution. So heißt das. Restitution ist Artikel 1 des Grundgesetzes, nämlich die Menschenwürde. Die Menschenwürde herzustellen und zwar immateriell und materiell, dass man für den Schaden entschädigt und auch das Ansehen dieser Menschen nicht weiter nochmal beschädigt. Und deswegen schreien sie alle, dass Völkermord und Kriegsverbrechen nicht in Verruf gebracht werden kann. Im Grunde arbeitet die Bundesrepublik Deutschland, um die Fehler zu beseitigen. Aber so funktioniert das nicht, weil in der Zwischenzeit sehr schwere, sehr schwere Angriffe gegen die Bundesrepublik Deutschland stattgefunden haben von Restitution, die ihr im Moment nicht wisst und nicht kennt. Ich suche jetzt mal Restitution. Ihr seht ja hier die Restitution, der Begriff der Restitution oder wir können das anders machen. Restitution. Ihr seht das, hier kommen ganz viele Begriffe. 47 Mal kommt der Begriff Restitution vor. Wir gehen jetzt mal in das Gerichtsverfassungsgesetz rein, DVG, und geben jetzt mal als Gesamtdokument, Kontroll F, Restitution ein. Da seht ihr 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es gibt keine Restitution im Gerichtsverfassungsgesetz. Die Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland sind ausgeschlossen von der Restitution. Habt ihr das verstanden? Also, die Restitution ist Teil des Vertrags zur Regelung der Besatzungsmächte und seit 2006 ist die neue Besatzungsmacht durch Artikel 9 UN-Resolution 5683 bestimmt. Und diese Resolution sagt ganz genau aus, was das zu bedeuten heißt. Hier steht drin, ich habe vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Stillstand oder Abwesenheit der staatlichen Stellen gewonnen. Und hier steht drin, dass mein Verhalten ist als Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts zu werden, wenn ich im Fall der Abwesenheit oder Ausfall der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübe und die Umstände die Ausübung dieser Befugnisse erfordern. Nach der sogenannten Regierungskriminalität und bei dem ich gewonnen habe, ich bin die Siegermacht und die Alliiertenmacht. Das heißt, die Sieger, ich habe gegen die Bundesrepublik Deutschland gewonnen und ich bin auch der Verletzte. Ich bin die Alliierten Siegermacht, hohe Siegermacht. Alliierten, hohe Siegermacht bin ich. Und hier steht drin, dass ich Rechtvorschriften erlassen darf und nämlich gerichtliche Entscheidungen haben, dann zu weichen. Und hier steht drin, alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische Blablabla sind nachrangig. Ich bin im Vordergrund. Und diese sogenannten Restitutionsgerichte gibt es nicht mehr in Herford, Nürnberg und Rastatt. Wir sehen das hier. Diese drei Alliierten, diese Gerichte gibt es nicht mehr. Es gibt das Gericht nur noch in Ankara. Das ist dafür zuständig. So, was will ich mit euch, was will ich euch mit diesem Video euch eigentlich sagen? In dem Moment, wo ihr beim Europäischen Gerichtshof Recht auf ein, Recht auf eine wirksame Beschwerde, wenn eure Beschwerde dort abgelehnt wird, dann ist Artikel 13 in Folge in einem in sich zusammenkehrenden Verfahren immer noch beschwert. Das heißt, es kann nicht verjähren, aber was macht, was macht die Sektion, sie schmeißt dann die Akten nach einem halben Jahr weg. Sie schmeißt die Akten nach einem halben Jahr weg. So, das heißt, der Europäische Gerichtshof verletzt Artikel 13 Recht auf eine wirksame Beschwerdemöglichkeit, weil sie nämlich dann auch das Recht auf ein faires Verfahren damit verletzen. Gewinnt ihr dennoch an das Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, dann bekommt ihr keine Restitution, weil es sich hier um einen Schurkenstaat handelt. Der Schurkenstaat, hier steht das hier genau drin, Vertrag zur Regelung, Regierungskamilität, hier steht drin, in Diktaturen und Staaten, die nicht den rechtsstaatlichen Ansprüchen genügen, also indem es die Menschenrechtsverletzung kein Straftatbestand ist, gibt es also keine Möglichkeit, diese Sachen zu beenden. Also müsste jetzt auf jeden Fall die Bundesrepublik Deutschland diese ganzen Straftaten selber dann Restitution machen, das geht eigentlich nicht und da steht ja drin, dass der Petitionsausschuss empfiehlt, der Petent fordert die Aufnahme von Menschenrechtsverletzungen als Straftatbestand ins Strafgesetzbuch, der Petitions hat das zur Kenntnis genommen, also vorsätzlich, sie wissen das und geprüft, ich habe keine Ahnung, was sie prüfen, was nicht da ist, er sieht aufgrund der vorliegenden Eingaben jedoch kein Anlass, dem vom Petenten vorliegenden Anliegen, nämlich die Menschenrechtsverletzung in Straftatbestand aufzunehmen, damit die Kriegsverbrechen verfolgt werden kann, zu unterstützen. Hier steht das ganz genau drin, ihr könnt das lesen und das ist die Beschlussempfehlung vom 13.05.2009. Ja, was bedeutet das alles für euch? Was bedeutet das alles für euch? Wir haben hier natürlich auch eine Erklärung des Nischen Justizministeriums, hier steht drin, das eben für Völkerrecht genießt in Deutschland den Rang von einfachem Bundesrecht, es geht im Koalitionsfall dem Landesrecht vor, aber es hat keine Zuständigkeit, deswegen kann Völkerrecht, also Kriegsverbrechen können hier nicht verfolgt werden, weil dafür dafür eben halt der Staat fallen muss, hier steht das drin. So, wo steht das noch drin, dass der Staat, wie es zu machen ist, hier steht drin, das Verhalten, also mein Verhalten, die zur neuen Regierung eines Staates wird, das heißt die Menschenrechte, ist als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, das Verhalten einer, also das aufständige Verhalten, das widerständliche Verhalten von mir, gelungen ist, in einem Teil, nämlich dem Justizteil des Hoheitsgebiet eines bestehenden Staates oder in einem Verwaltung unterstehenden Gebiet einen neuen Staat zu gründen, also die Justizregeln zu ändern, also einen Überleitungsvertrag zu machen, ist als Handlung des neuen Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten und dass ein Verhalten, das einem Staat nach dem vorstehenden Artikel nicht zugerechnet werden kann, ist gleichwohl als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn und soweit der Staat dieses Verhalten als sein eigenes anerkennt und annimmt. Deswegen hat ja die Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass ein Stillstand der Rechtspflege ein Kriegsverbrechen ist, nämlich Abwesenheit oder Ausfall der staatlichen Stellen und das habe ich gewonnen und das steht auch in der UN-Resolution 5683 und wird nicht angewandt, um die meine Menschenwürde wiederherzustellen. Man versucht mich immer wieder als juristische Person reinzuholen in der Bundesrepublik Deutschland und das gelingt ihnen nicht, weil ich immer mich auf das Völkerrecht berufe und auch die Gesetze nicht annehme. Ich könnte jetzt noch weitere Ausführungen machen, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, alles was ich sage sind Rechtvorschriften, selbst wenn es ein Gesetz wäre, selbst wenn ich in einem Gerichtsverfahren wäre, ein laufendes, ein vorrangiges oder auch ein beendetes Verfahren hätte vor einem Gericht, bedeutet das, dass das, was ich sage, immer noch beständig ist. So steht das drin in dem Urteil des Europäischen Gerichtshof, ihr könnt da nachforschen, ich habe viele Videos darüber gemacht, eine Verletzung einer völkerlichen Verpflichtung seitens des Staates liegt vor, wenn eine Handlung dieses Staates nicht im Einklang mit den Verpflichtungen unabhängig in ihrem Ursprung und Wesen von ihm verlangt wird. Das bedeutet, die Bundesrepublik Deutschland hat hier Menschenrechtsverletzungen begangen und in Artikel 28 steht drin, hier steht drin, die völkerrechtliche Verantwortlichkeit eines Staates, die sich aus einer völkerrechtlichen Handlung, nämlich Menschenrechtsverletzungen als Kriegsverbrechen nach den Bestimmungen des ersten Teiles ergibt, zieht in diesem Teil die beschriebenen Rechtsfolgen nach sich, nämlich fortbestehende Erfüllungspflicht, Beendigung und Nichtwiederholung, nämlich durch Handlung, wenn sie andauernd zu beenden und Garantien zu geben, dass es so und so passiert. Zum Beenden müssen die Leute bestraft werden und angemessen Garantien und Nichtwiederholung müssen hier für die volle, hier steht volle Wiedergutmachung für die rechtswidrige Handlung verursachten Schaden, umfasst jeden Materien und Immaterien Schaden, der durch die völkerrechtliche Handlung des Staates verursacht worden ist und dabei dürfen die innerstaatlichen Gesetze nicht herangezogen werden, das ist alles verboten und eine Menschenrechtsverletzung ist natürlich was ganz anderes, eine Menschenrechtsverletzung ist eine schwerwiegende Verletzung von Verpflichtungen, die sich aus den zwingenden Normen des allgemeinen Völkerrechts ergeben. Das Ganze, ich schalte das jetzt mal ganz komplett mal runter, wir haben gesehen im Gerichtsverfassungsgesetz gibt es die Restitution nicht, alles andere ist dummes Zeug, ist Unsinn, der Europarat ist Unsinn, seit 2006 macht der Europarat keinen Sinn mehr und Vertrag fehlt das Restitutionsgericht, also nicht in die innere Justiz darf dann verwiesen werden, sondern es muss dann an das Restitutionsgericht im Genfer Abkommen 4 dem Zivilschutz beigefügt werden, also zugeführt werden und da steht das hier auch drin, da steht das auch drin, dass sie also die Wiener, Wiener, Genfer und Hager Abkommen hier verletzen, hier steht das drin, die Mitgliedstaaten des Europäischen Gerichtshofs oder Europarates sind Verpflichtungsstaaten der UN-Charta, das ist die UN-Charta, die wird nicht eingehalten, der Hager Abkommen, nämlich das Hager Landkriegsrecht zur Entschädigung von Zivilisten, Wiener und Genfer Abkommen, im Wiener Abkommen steht das in Artikel 3 drin, diplomatische und 5a, diplomatische Beziehung, dass die Zivilisten geschützt werden müssen und in den zwingenden Regeln des Völkerrechts der Zivilschutz angewandt werden müssen und im Wiener, im Genfer Abkommen steht das nochmal drin, Artikel 132 bis 149, dass das vor dem sogenannten Restitutionsgericht zu verhandeln ist. Die UN-Charta, da steht das auch nochmal drin, dass wenn die Treuhand und Eidespflicht verletzt ist, Artikel 73, dass dann der Gerichtshof im Genfer Abkommen Artikel 95 UN-Charta in Artikel 149 des 4. Genfer Abkommens dafür zuständig ist. Das Hager Abkommen ist glaube ich im Artikel 154 des Genfer Abkommens 4 in den Genfer Abkommen, also in dieses Abkommen mit hineingeflossen und dieses Wiener Abkommen verweist darauf hin, dass die Staaten nicht selbst, sondern den Zivilschutz anrufen müssen, das Restitutionsgericht anrufen müssen, um das zu machen. In dem Sinne kann ich euch nur, sage ich es jetzt nochmal ganz deutlich, der Europarat, der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht und inklusiv die Europäische Union müssen sich auflösen, weil sie hier die Restitutionsgerichte mit ihren sogenannten Regierungskriminalitäten leugnen und der Europarat leugnet, also leugnet die Bedingungen, die zwingenden Bedingungen über die Folgen des Kriegsverbrechens für die Opfer. Das alles sind Kriegsverbrechen, keine normalen Straftaten und deswegen funktioniert das nicht.